hallo und guten morgen zu düsemäntel schön dass ihr wieder da seid wir haben geschlafen und ich habe hier die häuser soweit mal alle leer gemacht den ganzen killefit habe ja auch schon in die kiste geschleift und ich würde sagen wir schauen uns jetzt mal in dem park ein bisschen um ist ja quasi auch unsere quest im moment wir sollen ein bisschen im alter im park hat dieser drecks wir sollen zum park ein bisschen umschauen das werden wir natürlich tun ja wie ihr seht hier habe ich schon echt viel freigeräumt und leer geräumt aber alle häuser wollte ich jetzt nicht machen da wir echt irre deswegen ein paar ist okay hat auch jetzt gut zwischen die folgen gepasst so zum runterkommen ok hier in dem city waren wir schon wir müssen mal gucken hier würde ich gerne mal kurz ein bisschen wildern das radio das radio kennen wir noch gar nicht wir rationieren mal obwohl wir es nicht müssen warum jetzt genau also hier ist es sehr eindrucksvoll warum ich die sicher einfach mal es ist einfach nur gut da kommen wir nicht raus oder nee da kommen wir nicht raus wir müssen mal gucken weil ich würde gerne kommen dadurch ne da kommen wir auch nicht durch ich würde nämlich gerne noch mal in den park marschieren da kommen wir nirgends durch ne 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 wie bin ich denn da noch mal hingekommen bin ich ja außen rumgelaufen nee bin ich auch nicht da ist auch alles zugeparkt eieieieiei das gibt strafzettel ohne ende sag's euch nehm ich mit nehm ich oh da war noch so ein springer hallo was machen sie denn hier steht er da rum so wir wollten noch mal in den park wie viel 241 mobs haben wir hier noch logger logger die machen wir doch logger was ein schuss das finde ich jetzt aber behindert ne ein schuss echt jetzt was wieso ich baue gleich einen raketenwerfer auf ja leute 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 das machen wir wir brauchen einen raketenwerfer hey den zeige ich jetzt ein schuss nur oder war ich schon wieder so am arsch nee ich war recht gut unterwegs kommt man hier irgendwo raus ja kommt den auch noch weg ist das thema gleich erledigt mal wieso das ist es Miss-Ding. Ja, du sollst das auch nicht bauen. Du sollst hier so eins bauen, Freund. Wieso kann ich das dann nirgends hinsetzen? Was? Leg ihn nicht. Hier könnte ich's hinsetzen. Aha. Das ist ja... Oh, nee, komm. Hä? Ich brauche mehr Material? Was? Uns fehlt... Ernsthaft? Ja, fehlt uns tatsächlich. Das liegt daran, dass ich wahrscheinlich... ein bisschen was in die Schmelze geworfen habe, ne? Wir gucken mal hier. So, wir sollen uns ja hier umgucken, ne? Gibt's hier eigentlich irgendwo... ein Ausrufezeichen? sieht nicht danach aus. Na, dann machen wir hier mal weiter. Ich mein, hey. Ich setze mich mal kurz hier ans Lagerfeuer, damit wir bei Tod hier spawnen. Oh, okay. Siehst du, warum ist damit... couldn't... Ah! Oh, lecker. Aua, aua. Jo, ich würde mal sagen, das hier ist eigentlich ein heiß umkämpftes Gebiet. Theoretisch sollten wir eigentlich hier diesen Militäranzug tragen. Abgeschlossen. Ich brauche den mit Städtterschlüssel. So, wir werden uns jetzt mal hier ein bisschen in Ruhe umgucken. Hier gibt es nix zum Sammeln. Hier brauche ich auch einen Schlüssel. Lass mich raten. Für die Toiletten nicht, oder? Nein. Gewürze. Danke. Nices Büro. Oh, ein rotes Telefon. Hat nicht nur der Präsidenten rotes Telefon? Okay, hier ist überall verschlossen. Okay. Okay. Auf die Seite kommen wir gar nicht, ne? Oha. Okay, ja, da ist... Da ist wirklich alles dicht. Schottendicht. Krasse Action hier, ey. Hier gibt es nur Container, Container, Container. Da kommen wir nicht durch. Da steht ein Jeep im Weg, ne? Kommt man da trotzdem durch? Ne. Schade, sonst hätte ich nämlich jetzt das Ding so aufgehauen. Die Mauer. Da war doch irgendwo eine Notiz. Hier. Wenn ihr meine Frau findet, sagt ihr, dass mir alles leid tut. Unser Flieger haben ihre Bomben an der falschen Stelle abgeworfen, einen großen Teil unserer Verteidigungslinie zerstört. Wir müssen uns ins Rathaus zurückziehen. Untersuche das Rathaus. Na gut. Da war ich zwar gerade erst, ne? Aber wir gehen nochmal gucken. Ist das überhaupt das Rathaus hier? Ja, Rathaus. Vielleicht finden wir ja jetzt was. Küche. Aha. Kann man das nochmal hier in der Quest lesen? Ne. Ne. Geh weiter in den Garten des Rathauses. Jo, wie haben wir jetzt den Schlüssel? Ist das der unvermeidliche Ausgang des Ganzen, trotz meiner ganzen Bemühungen? Ja, jo. Wo ist das? Boah, was? Da lag mal ne Mana-Splitter in der Schublade. Ich glaube, ich werde nicht. Nehmen wir hier. Nix. Boah, das Rathaus zu zerlegen wird aber auch ne Aufgabe. Ja, ich kann doch hier unterhalten. Oh. 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 den sind wir mal los hier gibt es noch ein radio was hier seid wachsam seid vorsichtig bestehl nicht deine nachbarn du in der geheimbasis g ist es dunkel geworden wir bekommt das doch wohl hin ohne dass er was davon merkt könnte sein wir sollen in den garten gehen wir sollen in den garten gehen dahinten ist auch noch meine leiche fällt mir gerade auf und da haben wir die leiche gar nicht geholt da ist noch ein geschütz das gute ist die können sich doch gar nicht so weit drehen oder tschüss dieses miss ding wie viel handgranaten habe ich noch fünf das reicht ja am lebtag net blödes ding so hier erstmal unser ganzes gutes zeug ey ok ja ein bisschen was haben wir es ist so gut es macht echt spaß hier in der stadt ganz vergessen dass es hier so geil war in der stadt da ist auch noch ein geschütz ganz schön ganz schön ganz schön so werden wir die los hier bin ich da ist auch noch eins das war ich mache jetzt erstmal hier alle geschütze weg damit die schon mal los haben weil wenn du die über siehst dann kannst dich eigentlich verabschieden ganz schön ganz schön ganz schön straßenkampf mal anders ehrlich jetzt haben wir keine handgranaten mehr ich glaube sie gar nicht im garten vom rathaus soll ich mich umgucken das könnten wir ja mal machen oder erstmal würde ich gerne meine handgranaten wieder auffüllen aber es zieht schon an also ich merke es auch ich glaube ich habe in den kommis mal gelesen bei euch hey der schwierigkeitsgrad wird noch echt gut ich meine ich freue mich weil wenn du natürlich viel farm ist kommst du natürlich im level auch relativ schnell hoch ach so lass uns mal kurz wir könnten natürlich auch mal überlegen ob wir hier scheiß auf den magneten oder das machen wir kurz neun handgranaten sind auf jeden fall besser also hier braucht man die auf jeden fall vermehrt ich nehme gerne wieder den magneten später rein ziegelsteine haben wir gerade gekriegt durch die explosion nice oh Gott voll das Loch in die Mauer gerissen wir müssen hier hin das werden wir jetzt mal tun dann müssen wir nochmal klar Schiff machen schau mal wie wir in den Garten kommen in den Garten in den Garten 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 wir brauchen eine Tür in den Garten das sieht hier aus wie eine Tür in den Garten Schlüssel benutzt so hier hier ist doch das sieht gut aus die hautlosen Schleif was das ist aber ganz schnell aus dem Ruder gelaufen ähh ja der haut mit 60 rein alter was die hautlosen Schleicher ok Vorschlaghammer Rezept geil auf den freue ich mich ja Vorschlaghammer sobald der letzte Zivilist durch ist werden die Stützen zerstört und der Tunnel wird zusammenbrechen schade ich wollte doch noch mit hallo ich wollte doch mitfahren die wollten mich nicht dabei habe glaubt er ja nicht ha hier siehts aus als könnten wir buddeln nice schön gut haben wir das freut mich total hier läufts eigentlich ganz rund heute ok hier gibt es aber auch noch eine Menge zu tun boah boah die Stadt zu looten da ich äh leicht beschäftigt ne ja kann man ein bisschen killfit hier mitnehmen die quest haben wir ja ich will mal gucken gab es da kein weg mehr nicht dass wir hier was übersehen haben ne 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 schade schade ne hier kommt man hallo lass mich doch durch lieber Busch danke gell ist ja freundlich nur mal grad hier den Rand aufdecken damit man es auf der Map auch gut sehen kann dass hier kein Durchkommen ist für die Zukunft hallo 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 ok wow es hat den Bus zerrissen schalalala ich würde ja gerne als erstes mal hallo 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 den Vorschlaghammer machen ne ich würde sagen wir gucken mal wo es hier ein Lager mh Feuer gibt hier zum Beispiel 64 von 103 also hier in der Stadt gibt es echt viele Lagerfeuer ich glaube eins habe ich auch ohne euch noch entdeckt Geil Vorschlaghammer was ist das Blitzableiter ein Gerät das speziell dafür gedacht ist Umgebungsenergie zu sammeln und auf einen einzigen Punkt zu bündeln und Schankz auf betäuben des Gegners 8,5 äh interessant so wo ist er denn unser freund der Vorschlaghammer hier uns fehlt Stahl das war klar Gibt es hier irgendwo noch einen Verbindungsturm wo wir mal eben schnell hin könnten da oben ist die Arche hier von der Arche ist es doch gar nicht so weit oder ich überlege mich gerade ob wir schnell mal ein bisschen Stahl holen Lass uns mal kurz den Vorschlaghammer angucke Boah was für ein Mordsding ne hahaha Ey jo Message to all Survivors Head for the Pioneers Park in middle of the city We are able to provide shelter for you there Also durch die Wand schlagen kann ich mich auch noch nicht Das bedeutet wir brauchen auf jeden Fall den Verbindungsturm Der ist hier gar nicht so weit weg Vielleicht können wir da mal schnell hin rasen Hahaha Ja gibt sich alles mit dem Vorschlaghammer Yeah baby Schon mal ein so matschtes Gesicht ihr habt Guck mal Spam in your face Geil Krass das wenn man mit dem Vorschlaghammer schlägt dass das Bild wackelt Soll das so sein? Hm Guck kind Guck 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 Was für ein Gemetzel hier ey Eigentlich wollte ich nur zum Verbindungsturm Funktioniert gut Aber war lustig Ey hier kriegst du aber auch Erfahrungspunkte ohne Ende ne Ich wollte doch eigentlich zum Verbindungsturm Der ist doch hier in die Richtung Geh mal da lang Lass dich nicht immer ablenken Lass dich so oft ablenken Mensch Ach da komme ich nicht durch Kacke Die Stadt ist was das angeht Echt Warten Was was schreißen Schreien und dann hier Abkacken Danke Hab ich nicht bestellt Geil wir haben den Vorschlag haben Darüber freue ich mich sehr Muss ich echt sagen Oh Da sind noch mehr Geschütze Maul Gibt's ne Maul Okay Kommen wir da zum Verbindungsturm Ist die Frage Weißt du da willst du nur mal ein bisschen Stahl holen gehen Und dann ist das hier so eine Mammutaufgabe Ach schön Gut So jetzt aber hier schnelles Fortbewegen Wir 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 Wollen Wir wollen in die Wüste hier Da haben wir doch unser Zeug aufgebaut Ah Guck mal an Ja nice Her damit Wow Das gibt Erfahrung Das sage ich ja jetzt schon Oh fett Das hat 7000 Erfahrungspunkte mal eben schnell gebracht Sehr nice Sehr nice So jetzt hier Hammer 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 Den wollen wir doch mal ein bisschen pimpen Cool Cool Geil Ich würde sagen Ich würde sagen Kann man jetzt eigentlich auch die Dinger hier zerlegen Oh was Mega gut Was bringen die Stahl Was ich nicht gut finde ist Dass das Bild so wackelt Wenn man hier auf die einprügelt Kann man auch die Autos zerlegen Oh was 85 Ey was Ich kann die Trecker zerlegen Die auf dem LKW stehen Oh was Wie gut Okay Kann ich auch das Auto zerlegen Ja Oh krass Lass mich raten Jetzt können wir bestimmt auch die Dinger hier zerlegen Oder Wow Keramik und Stahl Okay Gut Dann würde ich sagen Wir switchen mal die Folge Und in der nächsten Runde Schauen wir mal Warte mal Lass uns mal gucken Ich meine gut Wir haben ja hier in der Stadt Noch ein bisschen was zu tun Hier ist noch ein bisschen was Bisschen was Jo Wir treffen uns dann wieder in der Stadt Und dann schauen wir mal Was da noch weiter so los ist Ich bedanke mich bei euch Natürlich Wieder fürs Zuschauen Bleibt mir gesund Genießt die Zeit Bis gleich Ciao